ein herzliches willkommen auch von meiner seite und ich hatte mir gedacht weil letztes mal waren ja im freien bereich also wir haben ja unsere guidance desktops und da waren ja doch einige fragen wie muss denn welle 1 aufgebaut sein und eine welle 2 deswegen will ich in der kurzfassung ganz kurz mal eben dann erklären wie die wellen überhaupt aufgebaut sind das ist für den einen oder anderen sicherlich schon bekannt was ich zumindest hoffen möchte aber für viele dann eben doch nicht bin immer wieder überrascht wie viele dann von der wellen theorie noch nie was gehört haben oder oder nur sehr wenig und ja die war ja vor einigen jahrzehnten noch nicht so populär zumindest in deutschland nicht in anderen ländern das ist ja ein bisschen fortgeschrittener gewesen schon aber wir haben ordentlich aufgeholt und demzufolge einfach mal die ganz normalen regeln die zu einem impuls gehören damit man weiß worüber ich rede weil viele sagen der zug ist für mich abgefahren so ungefähr und ich verstehe nur bahnhof und deswegen ein ganz ganz kurzer einblick also eine impulsfälle so wie wir das hier sehen besteht immer aus fünf bellen und die sieht man hier eine welle 1 dann die welle 2 eine welle 3 die muss über den hochpunkt der 1 gehen und eine welle 4 und eine welle 5 so das sind unsere 1 2 3 4 5 fällen die gibt es natürlich im aufwärtstrend wie auch im abwärtstrend jetzt ich würde jetzt gerade sagen böse zungen behaupten nein es macht sinn auf jeden fall wenn man eine wellen analyse liest und sieht oder selbst auch die diese methodik an einem schad anwendet dass man sich einfach sagt okay ich trade nur mit meinem nachsteuerertrag die buch die zahlen entschuldigung die zahlen also die 1 die 3 und die 5 im optimalfall und keine buchstaben wer sich etwas näher mit dem thema beschäftigt der wird feststellen es gibt abc es gibt trendphasen in einem abc es gibt auch komplexere korrekturen aber wichtig ist bei diesen 1 2 3 4 5 möglichst immer in richtung 1 3 oder 5 zu trainen ob abwärts aufwärts ist erstmal völlig egal wichtig ist in richtung der zahlen also in der in richtung der impulswellen 1 2 3 und 5 1 3 und 5 und 2 und 4 sind ja korrekturwellen da hält man sich besser auch aus das nur mal so am anfang jetzt haben wir die welle 1 beispielsweise die muss immer auf einem impuls oder aus einem ldt bestehen und da haben wir hier einen ganz normalen impuls mal dargestellt wo wir jetzt die unterwellen sind hier nicht eingezweite bei 12 dann sehen wir hier die 34 und die 5 jetzt gibt es sonderformationen von einem impuls wo die wo das ldt diese nicht gekennzeichnet 1 2 3 4 5 ganz besondere merkmale haben muss dann darf die 4 tatsächlich die 1 überschneiden ich erwähne das ganz kurz an dieser stelle da müssen aber diese diese welle die 1 praktisch die 3 wie gesagt nicht eingezeichnet und die 5 auch wieder so einen impuls wie wenig übergeordnet vorliegen haben aufweisen in den internen bereichen also nur einfach die welle 1 muss ein impuls sein kann sich die 4 schneidet die 1 im normalfall nicht es gibt eine sonderform die extrem selten also ich will mal gleich sagen man findet vielleicht ein ldt alle 20 jahre ich habe damals mal gesagt alle zehn jahre die letzten zehn jahre gab es gar keins mehr wir haben eins entdeckt im paket beispielsweise im nestek 2000 ich glaube zehn war das aber richtig im tageschart ein wunderschönes ldt kann man heute noch gut achten wenn der kursdaten lieferant die historie zulässt was guidance ja ermöglicht aber auf jeden fall ein ldt im tageschart die letzten 20 jahre im ndx deswegen würde ich auf dieses muster als 1 erstmal gar nicht so darauf eingehen man muss ja nun nicht unbedingt ein fall wenn man jetzt frisch dabei ist und die wellen theorie lernen möchte muss man ja nun nicht unbedingt die unwahrscheinlichste formation am intensivsten lernen so da sind wir schon bei drei die welle 2 muss ein korrektives muster aufweisen außer einem dreieck also die gesamte welle 2 die wir hier im pink haben die muss die darf alles werden wie vorhin schon mal angesprochen korrektive muster auch komplexere muster ich habe das hier mal als abc ganz normal skizziert und genau außer einem dreieck jetzt gibt es korrektur formen die vier eine b eine x und so weiter und die dürfen natürlich allen dreieck ausbilden wer nützlich ist es wenn man ein dreieck sieht und das wird der eine oder andere sicherlich im chart mal irgendwo erkennen vielleicht sehen wir gleich noch eins wenn wir durch ich gebe achte darauf aber wenn man ein dreieck erkennt dann weiß man automatisch aha das ist keine welle zwei und es ist nach dem ausschusskriterium immer schon wichtig dass man überhaupt weiß mit wem habe ich es nicht zu tun also dreieck keine welle 2 jetzt könnte ich sagen keine welle a keine welle w aber so weit wollen wir gar nicht einsteigen aber man weiß dann zumindest wenn man formation sieht dreiecksformationen leicht erkennbar dass es keine zwei ist und das ist schon ein mehrwert gegenüber einer wenn man es nicht wüsste sage ich mal einer anderen handelsmethode oder nachrichten oder irgendwas jeder hat ja seine unterschiedlichen wege an der börse gefunden so auf jeden fall die welle 2 muss ein korrektives musste aufweisen außer ein dreieck so schlimm kann es nicht sein das kann man sich merken die welle 2 darf nicht über 99,9 prozent der welle 1 korrigieren retrasen genau das heißt die welle 2 darf nicht den ursprung der welle 1 berühren hier haben wir das beispielsweise so die welle 1 gepunktet skizziert mal und das ist ja die 1 2 3 4 5 wieder und die 2 darf nicht unter diesen ursprung hier fängt ja die pinke welle 1 an da darf sie nicht runter gehen das gilt natürlich ich verzichte mal aus zeitmangel jetzt auf diese bärische abwärtsbewegung das gilt natürlich aber natürlich in beide richtungen ok habe ich dann noch notizen ach so ja klar genau das ist natürlich eine welle 2 für zweifel die steht für zweifel da und viele werden schon bemerkt haben dass die zweifel einer welle 2 die dort bei den bei dem psychologischen diesen psychologischen aspekt liefern durchaus immer wieder auftreten das ist ganz normal also ich habe mir manchmal schon gedacht wenn ich selber das zweifeln anfangen ob das wirklich noch eine 2 werden kann oder sollte dann ist wahrscheinlich die also dass die wahrscheinlichkeit sehr hoch dass tatsächlich eine 2 wert also wenn die man merkt das selber auch schon dass man wenn man zweifelt dass es dann die wahrscheinlichkeit steigt dass eine 2 ist also das ist tatsächlich was er sich da mal überlegt hat diese dieses psychologische verhalten merkt man selbst auch man spürt praktisch den markt wie wie denken andere markt teilnehmer und so weiter deswegen sind ja auch elliot wellen oder elliot sagte damals ja auch wir benötigen nicht unbedingt nachrichten und aber da möchte ich jetzt auch gar nicht zu sehr darauf eingehen aber wir brauchen ja mit nachrichten kann ich mir kein trading set also mir zumindest nicht bewusst einen vernünftigen stopp wählen ich finde kein ziel ich brauche schon ursprung der eins ich habe eine mob marke oder stopp marke als zwei und so weiter also die welle drei muss auf jeden fall ein impuls sein und die muss naja okay ist leicht das nächste dann die zwei darf den ursprung nicht verlassen nicht unterschreiten oder überschreiten je nach trend und die welle drei muss ein impuls sein die welle drei darf nie die kürzeste welle sein im vergleich zur welle eins und fünf kleiner trick gleich noch mal kurz am rande aber das wird hin und wieder verwechselt wenn man sich gerade frisch vertraut macht mit der elliot wellen theorie dann sagt man sich okay die welle drei darf nie die kürzeste welle sein das ist auch okay aber dann sieht man beispielsweise mal eine fünf die wird länger als die drei aber das darf sie wenn die drei länger weil sie eins es steht ja nirgends geschrieben ich sehe den fehler nur häufig deswegen es steht ja nirgends geschrieben dass die drei nicht dass die fünf nicht länger sein als sie drei nicht länger sein darf als sie drei gerade bei rohstoffen bitcoin forex werten und so weiter da haben wir das ja sogar sehr häufig bei aktien und indizes ist ja die drei immer die längste nicht immer 99 prozent sage ich mal okay also die welle drei darf nie die kürzeste welle sein wenn man also so einen impuls hier sieht dann stellt man fest oh ja schöner fünfer alle regeln passen die ganzen regeln die wir jetzt durchsprechen diese regeln passt auch selbst die drei ist ein impuls und die fünf ist auch wieder ein impuls aber die drei ist kürzeste welle und dann weiß man es ist keine drei dann kann das eine abc abc sein möchte ich jetzt auch nicht länger darauf eingehen auf jeden fall weiß man wenn das die kürzeste welle ist dann ist das nicht möglich und man hat es wieder mit buchstaben salat zu tun und buchstaben salat heißt automatisch der schwer verdiente nachsteuerertrag der bleibt unangetastet das ist kein trade wert jetzt könnte ich auch wieder sagen damals wurde mir das mal zur last gelegt dass ich gesagt hätte habe ohne count kein trade und dann sagt natürlich der nächste also hört mal zu ich bin hier absolut erfolgreich an der börse und habe noch nie gekauftet und viel getradet wie kann man zu so einem entschluss kommen da muss man natürlich sagen als wafer wenn man einmal gefangen ist in diesem bann der wellen theorie dann ist das besonderes merkmal dass man eben keinen trade ohne count macht und das das möchte ich mal klarstellen ich mir fällt jetzt auch gar kein besserer vergleich ein aber das gilt natürlich für wafer wenn ich die analyse methode e wellen theorie verwende dann brauche ich einen count ich kann nicht einfach sagen ich mache jetzt eine rache trade oder irgendeine brechstange hole ich heraus ich muss ein konzept haben und einen plan haben okay auf jeden fall darf die welle 3 nie die kürzeste sein ist sie kürzer ist es keine drei haben wir es höchstwahrscheinlich mit mit buchstaben zu tun also finger weg oder weiter analysieren vielleicht findet man ja auch heraus dass die drei eine neue 1 ist und andere dinge gibt ja impuls auf fächerung und solche sachen möchte das aber wie gesagt an dieser stelle nicht ausufern lassen die welle 3 muss aus preislicher sicht länger als die welle 2 sein das ist logisch weil wenn die drei erstmal nicht die kürzeste sein darf dann da macht das ja auch keinen sinn dass die drei nicht mal über die welle 1 hinausgeht also länger muss sie werden als die welle 2 die drei muss ja immer über der 1 sein also die regel länger als 2 bedeutet ja über 1 leicht zu merken sind wir schon bei punkt 8 regel 8 die welle 4 muss ein korrektives muster enthalten und hier haben wir den großen vorteil wo habe ich das jetzt letztens gesehen ach so im bitcoin hatten wir gerade darüber gesprochen können wir gleich noch mal ansehen ja sehr schön die welle 4 darf in diesem fall tatsächlich auch ein dreieck sein weil die dieses ausschusskriterium für die welle 2 darf niemals ein dreieck sein das gilt bei der 4 ja nicht die 4 darf alles werden aber und das kommt jetzt da ist es beispielsweise ein dreieck aber sie darf den hochpunkt der welle 1 nicht unterschreiten es gibt ausnahmen leading diagonal triangle hier ist es sogar im einzelfall die die 1 5 fällig die 3 5 fällig und die fünfte 1 5 fällig und dann darf die 4 die 1 überschneiden wenn alles andere dazu passt ist aber eine sonderregel da könnte man im grunde genommen übers leading ein zwei stunden noch mal diskutieren weil man darf das nicht mit anderen formationen verwechseln darum geht es aber nicht es geht jetzt hier um die ganz einfache regel wenn man wirklich einen impuls sucht dann findet man vielleicht oder im schad weil gerade die frage habe ich gerade gelesen wo fängt man überhaupt an ja man findet im schad schon mal ein dreieck und dann findet man zu diesem dreieck was ja eine 4 ist sein kann auch die passende 2 dazu und schon hat man ach da mal ich mal in meiner märchenstunde mal ich da mal eine 4 rein dann kann über dem dreieck eine 3 sein und jetzt suche ich mir eine passende 2 dazu jetzt gucke ich wie lang darf die 5 werden und so weiter aber so fängt man ja an und das können wir gleich noch mal das können wir auch gleich noch mal gucken gut dass sie das gefragt haben aber die welle 4 darf den preiskorridor der welle 1 nicht überschneiden ich erzähle jetzt immer ein bisschen mehr dazu oder eine sagt wahrscheinlich schon wieder koffertragen und wahrenhof aber in wirklichkeit ist es ganz einfach wenn man sich nur diesen simplen satz eben vornimmt die welle 4 hat auf die welle 1 nicht überschneiden 4 darf den hochpunkt der 1 nicht überschneiden da sehen wir es noch mal und da sind wir schon bei regel 10 die welle 5 muss ein impuls oder ein ending diagonal sein das bedeutet ja wir haben bei der 1 eben schon gelernt wir sind also schon ein schritt weiter wir haben bei der 1 gelernt dass es ein ldt sein darf aber normalerweise schon ein in der mehrzahl der fälle ein ganz normaler impuls und bei 5 oder in der welle 5 darf es eben auch ein edt sein und edt hat komplett andere strukturen da schneidet die 4 zwar auch die 1 aber diese 1 die 3 und die 5 sind keine impulse sie sind dann wirklich ein zickzack ein double zickzack oder ein triple zickzack hört sich wahrscheinlich schon wieder kompliziert an kann man auch mal durchdiskutieren aber nicht ja heute und aber komplett anderes muster die sind also wenn man jetzt den tagesschart vorliegen hat und man sieht was ist hier los da schneidet die vier die 1 ist alles normal dann schaltet man einfach auf den stundenschart zurück oder auf den drei stunden schart oder noch niedriger und traut sich einfach die und internen wellen an und stellt fest ach ja ist ja gar kein edt das kann man relativ schnell und einfach auch erkennen wenn man die regeln kennt es gibt ja auch zum edt regeln und dann haben wir noch eine versagende welle 5 hatten wir das zuletzt im dax die ist auch keine wenn versagende 5 geworden ich erwähne in den täglichen dax analysen hin und wieder mal dass es sich darum eine versagende 5 handeln kann oder überhaupt in den analysen und weiß aber auch immer darauf hin wie unwahrscheinlich es ist ich man hat sicherlich drei vier fünf versagen der fünfe irgendwann in den letzten zehn jahren welche jetzt mal richtig zurückerinner gesehen und gefunden die eine versagende fünf ist von der wahrscheinlichkeit her noch ein bisschen höher als ein ldt was wir am anfang besprochen hatten aber es ist eben auch sehr selten dass eine fünf versagt und versagen spricht man wenn die fünf nicht über die drei geht aber sie muss mindestens 70 prozent der vier erreichen das ist für taktische trade aufbau situation enorm wichtig dass man diese mark auch hat dazu später mal mehr so und dann sind wir schon bei impuls ausdehnung und das wollen wir jetzt gar nicht alles besprechen wenn fragen sind noch irgendwelche fragen bild sieben noch mal kurz also regel sieben vermutlich regel sieben jahr auch so für screenshot ok ich kann übrigens das simplified empfehlen das gibt es als ebook alles ist drin und als simplified eben in physischer form der finanzbuch verlag freut sich so spaß beiseite so und jetzt sind wir praktisch beim wo wollten überhaupt mit anfangen wie ich glaube mit gold wenn es fragen zu gold gibt bitte einfach stellen ich werde jetzt erst mal das erzählen was ich so weiß und die überschrift ich weiß gar nicht das zehn jahre stillstand glaube ich zehn jahre stillstand und hier hat hier sehen wir das beispielsweise eine 12 und jetzt würde man ja jetzt darf sich die frage gestellt werden warum ist das da oben keine drei und wir sehen jetzt gar eine ganz normale abcde das kriegt man sicherlich auch irgendwie als dreieck ja das kriegt man sogar als drei kind das weiß ich und warum ist das nicht einfach die vier selbstverständlich das kann auch die vier sein jetzt gibt es verschiedene möglichkeiten eine neue eins von einer drei zu erkennen aber darum geht es jetzt und heute und hier gar nicht es geht ja darum ich glaube der eine oder andere klassische schadtechniker wäre das irgendwie sicherlich bestätigen können es gibt ja und ich verwechsel das immer wieder es gibt vielleicht kann das mal jemand reinschreiben cup wiss händel oder cup end händel formation wie auch immer auf jeden fall sehen wir seit dem jahr 2000 ja einen dramatischen kursanstieg und hier hatten wir ja schon eine 12 und jetzt die zweifel beispielsweise ich war live dabei wo die zwei sich ausgebildet hat und wie hoch die zweifel waren hatte ich da schon ja ja da hatte ich fing ich gerade an mit der irdwellen theorie und habe selbst mitgezweifelt und bin zum eben zum spiel bei der emotionen geworden das muss man schon so sagen zu dieser zeit ist aber schon 20 jahre her aber die zwei habe ich live miterlebt hier und die zweifel waren wirklich groß und hoch aber es war ein impuls kann man sich gerne ansehen auch wenn man die kursdaten hat mal im tageschart wie auch immer aber darum geht es jetzt auch nicht es ging ja jetzt um die cup end händel cup wiss händel egal niemand antwortet wahrscheinlich weiß es keiner also dann muss ich mir keine weiteren sorgen machen auf jeden fall sieht man jetzt irgendwie dieses ist ja so eine händel formation irgendwie so halb rund so ein halb mond am mond muss ich immer an bitcoin denken nein also aber so ein halb mond beispielsweise die man hier sieht und jetzt bildet sich praktisch das gleiche noch mal aus wenn man das sich beispielsweise in zehn jahren mal ansieht dann sagt man sich wieso habe ich eigentlich nicht geglaubt dass gold auf 15.123 steigt das war doch alles offensichtlich im nachher in einem weiß das ja jeder nachher auch das darf man ja nicht vergessen selbst die bild nein war ja keine schleichwerbung machen aber auf jeden fall kann man doch irgendwie so feststellen dass es so eine art so eine art henkel und das gleiche bildet sich hier auch und jetzt ist es natürlich enorm wichtig dass sich diese 1 hier oben wirklich auch als impuls ausbildet wir sehen hier eine hochgesetzte ewelle wenn man wx und dann haben wir die gute haben wir jetzt nicht drüber gesprochen aber eine abc de die ginge als y und dann ist hier einfach der 2 fertig und zwar nicht irgendwo im tief wo man das erwarten würde sondern mitten im gemorkse würde ich mal sagen bildet sich auf einmal ein impuls und wenn wir uns den mal näher ansehen wollen dann können wir das glaube ich hoffentlich zumindest machen hier ist das ist jetzt gold aus diesem gemorkse heraus kapp händel kapp enthändel vielen dank kapp enthändel formation mitten aus diesem gemorkse heraus was eventuell ja die zwei ist haben wir jetzt festgestellt brauchen wir zumindest wenn wirklich die drei laufen soll eine grüne 1 ist daher erforderlich jetzt muss ich gerade selbst noch mal kurz zurückschalten brauchen wir überhaupt eine grüne ja klar wir brauchen eine grüne 1 genau die grüne 1 ist ja vielleicht hier sieht man ja die grüne 1 im monatschart das kommt aber gar nicht auf die farbe jetzt unbedingt darauf an aber es könnte sein dass die 1 hochgesetzt wurde dass die einzig deutschen ausgebildet hat erst mal so an dieser stelle zurück wieder dahin hier sehen wir das hier sehen wir jetzt auch eine impuls auffächerung 12 12 12 12 die drei ist länger als die 1 wenn das vorliegt ach so ich wollte ja nun trick erzählen der ist auch aber im grunde genommen offensichtlich für marktteilnehmer die kein pech beim denken haben ist es im grunde genommen ersichtlich weil das erzähle ich dann jetzt wenn man jetzt beispielsweise eine 3 vorliegen hat die schon kürzer ist als die 1 und die wir sind fester felsenfester überzeugung dass beispielsweise das ein impuls wert weil wir das einfach erwarten aus anderen anlässen oder aus mehreren kurs muss dann die sich da im übergeordneten bild ergeben wenn die drei also kürzer als die 1 ist und ich möchte jetzt unbedingt das hochschorten das gibt es ja gegen den trend es gibt aus wellentechnischer sicht wir nicht unbedingt sagen dass es immer sinn macht aber es gibt aus wellentechnischer sicht situationen wo schorten sinn macht können wir auch gleich noch mal gucken auf jeden fall wenn die drei schon kürzer ist als die 1 dann darf die fünf ja nicht länger werden als sie drei sonst wäre die drei nicht die kürzeste welle wenn man sowas vorliegen hat also drei kürzer als 1 dann darf die fünf auf gar keinen fall länger werden als sie drei dann kann ich mir ein ziel ermitteln indem ich ganz normale fibonacci projektionen anlege und wenn ich wie gesagt der meinung bin dass es wirklich ein fertiger impuls keine impuls aufwächerung dann würde man irgendwo da schorten können das bietet sich auch an dazu gibt es auch einige möglichkeiten wie man das machen kann aber das bietet sich an wenn man widerstände sieht beispielsweise der eine widerstand hält der nächste widerstand bricht im grunde genommen sind widerstände alle dazu da gebrochen zu werden und unterstützung auch und das kann man im grunde genommen auch mit der wellentheorie wenn man ins detail geht vorher bestimmen welche widerstände brechen und welche unterstützung brechen und welche halten aber man darf davon ausgehen dass die meisten widerstände oder unterstützung erstmal sowieso brechen und in ihrer funktionalität auch wenn das in 20 jahre alten büchern so drinsteht er nicht mehr die funktionskraft haben sag ich mal angedacht war so man sieht doch überall heutzutage fallen hier eine falle da eine falle und das gehört schon zum tagesgeschäft so auf jeden fall wenn sich eine schwarze 12 ausbildet und wir haben eine impuls auffächerung die wir jetzt ja nicht besprochen haben trotzdem ist ja da gibt es sie ja nur weil wir sie nicht besprochen haben heißt es ja nicht dass es sie nicht gibt also eine impuls auffächerung hatten wir das nicht eben gerade sogar impuls ausdehnung damit aufgehört genau das sind die impuls ausdehnung beispielsweise das wäre das nächste kapitel auf jeden fall impuls ausdehnung 1212 und das muss sich dann ja immer wieder auch auflösen dann aus der grauen 12 entsteht dann eine blaue 12345 und wieder eine drei und dann kommt natürlich die vier dazu die vier darf die 1 nicht überschneiden das nächste hoch ist dann die fünf dann bildet sich die drei aus in schwarz passend zu dieser 12 bis wir dann irgendwann den fertigen impuls haben 12345 jetzt steht hier oben mutigerweise eine 1 mit dabei die kennen wir die 1 passt perfekt in das übergeordnete monatsbild hinein in das übergeordnete monatsbild wenn wir uns das jetzt noch mal hier ansehen die grüne 1 dann sehen wir ah ja okay das ist die 1 in richtung 5200 und später 15.123 diese 1 passt also jetzt kann es passieren dass so dass die zwei hier jetzt noch gar nicht fertig ist so wäre die zwei dort schon fertig was ja möglich ist da würde ja die drei hoch explodieren in richtung 5000 x mit zwar jetzt gar nicht gemerkt auch nicht so relevant aber dann würde ja im prinzip schon die welle 3 laufen aufwärts ich wäre jetzt ein bisschen verhaltener und würde sagen es läuft jetzt erst mal eine welle b und sowie skizziert kann die b natürlich über das hoch der 1 gehen das darf sie aber sie ist dann korrektiv und nicht impulsiv nicht so was wie wir gerade gesehen haben diese 1 2 3 4 5 bewegung das kann man dann wie gesagt im stundenschart noch mal genauer überprüfen der tagesschart ist da ja ein bisschen grob skizziert und auf jeden fall sieht man ja das wird man ja sehen wenn dieses hoch entsteht ob das impulsiv ist oder ob das eine abc oder irgendwas anderes korrektives ist und jetzt gehen wir gehen jetzt erst mal davon aus dass eine b ist das möglicherweise noch eine c kommt und in dem in der c welle dann vielleicht auch die entsprechenden zweifel gebaut werden ach so jetzt wollte ich vorhin noch was sagen man muss natürlich nicht was wollte ich denn sagen die zwei mit zweifeln ach so ja man muss sich natürlich nicht von den zweifeln dann einlohlen lassen das macht man anfangs vielleicht oje jetzt hat sich heute das duschen gar nicht gelohnt so ungefähr und wenn die zwei es gibt ja prozentuale wahrscheinlichkeiten wenn beispielsweise die zwei unter das 61 8 geht dann kann man im simplified gerne mal lesen rutscht die wahrscheinlichkeit dass es sich um eine zwei handelt nur noch um liegt sie nur noch bei zwölf oder 15 prozent kann man mal nachlesen gerne im simplified waren es zwölf oder war das 15 aufgabe fürs nächste webinar gucken wir das rausfindet also auf jeden fall sinkt die wahrscheinlichkeit je tiefer die zwei die welle 1 retrace dabei bleiben wir einfach mal also wenn sie beispielsweise jetzt hier vielleicht sogar auf 78 6 oder sonstwohin korrigiert dann wird die wahrscheinlichkeit geringer das weiß man deswegen ist es immer schön wenn jetzt beispielsweise die b über die 1 überschießt auch wenn es korrektiv ist dann kommt ja noch eine c abwärts wir können ganz kurz einzeichnen will dann würde die b beispielsweise so aussehen bildet sich noch eine eine c der zwei und dann startet die drei erst also man muss ja der diesen scharfen impuls auch immer die möglichkeit geben dass im normalfall es sei denn es herrscht wirklich enormer kaufdruck das sieht man ja aber auch kann man ja momentum indikatoren und irgendwas kann man ja verwenden dafür aber man sollte berücksichtigen dass die welle 1 wenn sie einmal da ist aus zeitlicher sicht dass die zwei ungefähr das vierfache der welle 1 noch mal benötigt also wenn das jetzt relativ schnell war müsste man eher mit einer zwei wo man schon fast gar nicht mehr glaubt wann startet die drei denn endlich wenn man wenn man dieses gefühl hat wann startet die drei denn endlich dann steht man kurz davor dass die drei startet das kann ich aus erfahrung sagen wir kennen das ja auch dass die ich lösche das mal ganz kurz wieder nicht dass ich ja selbst noch irgendwann irritiert bin und die koffer trage man kennt das ja aus der trend methode ganz normal dass man sich sagt ein trend besteht immer zu ein drittel aus trend und zu zwei drittel aus korrektur und so ist es dann eben nach dass die zwei hat manchmal sogar eben wie gesagt das vierfache zeitlich der eins oder sagen wir mal so ab dem vierfachen wird es dann irgendwann unschöner man muss ja immer berücksichtigen kann die zwei auch eine b sein ist ja auch immer möglich darum steht ja schon alt a so gesehen ist eine 1 eine a oder eine c und jetzt möchte ich auch noch mal darauf eingehen warum kann das überhaupt da oben eine c sein auch solche dinge hat es gegeben dass man wir haben ja jetzt aus dem nichts heraus habe ich das extra mal so ein bisschen grob großgezogen und ich hatte ja auch eben erklärt warum können wir aus dem nichts heraus einfach so durch starten weil hier unten eine e als dreieck einer zwei fertig wurde so jetzt ist aber das für gibt es oder es existiert das phänomen dass man hier etwas drei williges sieht jetzt besteht immer die möglichkeit gerade bei solchen komischen konstrukten die drei willig starten vom tief aus besteht immer die möglichkeit oder man sollte es berücksichtigen dass eine korrektive a als flat entsteht dann entsteht eine b irgendwo in die tracements hinein habe ich jetzt gar nicht geprüft ja genau okay irgendwo in die retracement center hinein und dann entsteht eine c aufwärts deswegen steht da oben c und was machen wir jetzt wie soll da eine c hingehören und deswegen hatte ich folgendes bild noch kreiert folgendes bild kreiert komme ich da jetzt relativ schnell hin ja zack wenn ich jetzt das mal so annehme dass wir hier eine a eine b meinetwegen auch die b als dreieck spielt ja keine rolle und eine c gesehen haben da müsste man das hat der eine oder andere jetzt richtig bemerkt die c müsste dann ja aber in schwarz sein okay genau hätte man machen können wenn man sich das hier so sagt okay diese c müsste dann eigentlich in schwarz sein und nicht in grün aber die farbe ist im moment nicht so entscheidend und wenn wir jetzt beispielsweise eine c annehmen dort oben dann würde tatsächlich noch ende märz haut wahrscheinlich nicht in die zeitlichen ziele sind das ist immer so eine sache im dax hatten wir im dauer hatten wir glaube ich jetzt auch die korrektur marke sehr sauber erreicht oder war es sich im dax im bund future war das im bund future haben wir jetzt da läuft ja tatsächlich diese bärenfalle im bund future und da waren wir die sollte irgendwie ende letzten jahres schon zu ende sein dieser jetzt erst da der bund future ist ja später eingebrochen also jetzt erst so ich glaube beginn diesen jahres und angenommen wurde schon zum ende letzten jahres ich glaube sogar september also zeitziel völlig verfehlt muss man ja mal ganz klar so sagen aber das geht ja auch nicht immer darum um das zeitliche ziel sondern dass wir diese bärenfalle jetzt tatsächlich sehen die wir erwartet haben wir haben gesagt zinsen steigen und das wird eine falle so wichtig ist ja schon mal dass die zins überhaupt steigen das heißt die analyse grundsätzlich war schon mal richtig zinsen steigen ob das eine falle wert weiß nur die zukunft kann man nur in der zukunft haben wir haben eine falle erwartet die ist jetzt da und ob es wirklich eine falle ist wenn wir sehen aber wir sind ja beim gold jetzt und deswegen ende märz bitte streichen hätte ich wahrscheinlich löschen sollen wenn sich jetzt hier oben das als c entwickelt tatsächlicher c entwickeln sollte wahrscheinlichkeiten ich würde sagen unter 50 prozent aber wenn sich das erzählen entwickeln sollte dann wissen wir der ursprung der 1 darf nicht unterschritten werden auch wenn wir es spät wissen man kann ja long gehen beispielsweise gold long gehen keine kaufempfehlung ist nur ich meine jetzt nur mal so rein muster technisch würde man long gehen wenn man eins erwartet oder in die retracement der zwei long gehen antizyklisch prozyklisch wie auch immer einem das gefällt eigene komfortzone ist da wichtig wie man das am liebsten mag und wenn man dann nicht mehr als ein prozent verliert auf das gesamtdepot ich will nicht sagen dass es kein versuch wert ist aber wenn man nicht ein prozent mehr verliert auf das gesamtdepot vom nachsteuerertrag dann hat man alles richtig gemacht und wenn wir jetzt noch mal den schad zu nehmen dann würden wir sagen okay wir haben gerade eben gelernt unter 1780 darf das nicht fallen jetzt sagt der eine oder andere sich aber hier oben ist das chance risiko verhältnis nicht so schön wenn das eine eins war und wir ein ziel von 5000 x haben erstmal vorläufig dann spielt das denn ist das chance risiko verhältnis sehr wohl schön und gut schön ist ja auch wieder geschmackssache aber es ist auf jeden fall dass das chance risiko verhältnis akzeptabel sagen wir mal so und man hat ja sogar die möglichkeit wenn man jetzt davon ausgeht dass noch eine b entsteht und noch eine c kommt sogar dass man vielleicht sogar noch mal viel besser oder günstiger reinkommt das kann passieren was man nicht machen sollte ist dass man sich diese psychologische blockade setzt man ist zu spät dran ich glaube ich glaube nicht ich weiß es auch wenn man immer der zweite ist ist man langfristig erfolgreicher als wenn man immer der erste sein will beispielsweise wieder krock keine 1600 ich glaube die frage habe ich beantwortet grüße nach wien die frage habe ich beantwortet 1624 kann natürlich noch entstehen wenn das aber wann weiß ich das denn unter 1780 weiß ich ach man das war keine eins dazu komme ich jetzt aber gleich auch noch mal ich würde das also überhaupt wann weiß ich dass ein 1 ist man weiß ich dass eine a ist oder c ist das kriegen wir glaube ich auch noch hin wir müssen jetzt ein bisschen gas geben gold ist damit abgehakt würde ich sagen wenn keine weiteren fragen bestehen diese entwicklung jetzt entscheidet quasi schon für die nächsten ich werde jetzt nicht übertreiben aber für das nächste jahrzehnt die überschrift war ja zehn jahre stillstand und wir haben ja wirklich von 2000 11 bis jetzt im grunde genommen nix beschickt im edelmetall performance technisch wenn man sich da dem bitcoin gegen ansieht das ja selbst der dax noch stärker glaube ich so ich soll das jetzt kein dax passion sein aber auf jeden fall sehen wir zehn jahre nichts beschickt aber das heißt ja oder nichts erreicht aber das heißt ja dass irgendwann ist ja auch mal schluss mit dem seitwärts gezappelt dann wird ja auch mal ein ausbruch stattfinden und der wird dann ja auch wieder einige jahre laufen so wir kennen diese variante wir kennen die die bullische variante die direkte bullische variante jetzt haben wir den tagesschart sogar zu dem monatschart kombiniert das ist immer ganz wichtig dass man bei den ej wellen guckt angenommen ich finde im einminutenscharten impuls oder einen impuls oder im stundenschart da muss ich ja auch beim dax ich muss ja mal gucken wo gehört er überhaupt zu jetzt wenn ich jetzt im stundenschart im dax einem aufwärtsimpuls oder einen abwärtsimpuls wie passt er überhaupt zu dem rest gut gold gibt es keine fragen dann würde ich weitermachen mit was war das nächste bitcoin bitcoin ist auch sehr interessant wir nehmen dazu mal einfach und jetzt wird das komplex leider ich kann sich ändern wir nehmen dazu einfach mal den bitcoin blog auch so hier der pretender freundlicherweise so ein dreieck eingestellt beispielsweise als a als b als c als d und als e sehr genial und das passt ja wie wir es gerade in den regeln gelernt haben in eine wille vier das da kann also keine zwei angenommen es wird tatsächlich direkt dass die wahrscheinlichkeit dass ein dreieck wert ist ja immer nicht ist ja gering sagen wir mal so aber trotzdem muss man berücksichtigen wenn wir eine vier erwarten ich kann das auch gleich im übergeordneten bild noch mal zeigen dann muss man natürlich ein dreieck akzeptieren weil wenn ein dreieck dann in der vier so und jetzt meinte ich das wird komplex da hätte ich hätte ich jetzt gedacht dass die vermutlich werden einige jetzt sagen mein lieber scholli das ist aber echt hardcore was da abgeht und das ohne jwellen theorie und vor 20 jahren habe ich den krok programmiert ständig weiterentwickelt keine frage aber um das leichter zu machen und ich glaube mir ist es gelungen die jwellen theorie noch zu verkomplizieren durch den krok deswegen bitte kein schock kriegen hier wir haben jetzt ich habe auch in der letzten zeit jetzt einen neuen indikator hier so ein bisschen gebastelt das nennt sich dann looping und der wird ja auch täglich dann stellen wir den ja im bitcoin block und somit rein und wir stellen aber trotzdem fest diese umkehrsignale auf der oberseite die haben eine ein hohes pflichtbewusstsein in die erfüllung zu gehen wenn der looping beispielsweise hier oben auch rot ist ja also hier ist rot 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 und jetzt hatten wir gerade so schlimm das auch ist muss gerade mal gucken wo steht der bitcoin überhaupt jetzt hatten wir gerade das phänomen gestern dass die dass sich hier oben ein lollipop ausgebildet hat und ich möchte also ich habe ja schon ich hatte schon geduscht genau als ich den lollipop gesehen hatte und man kommt doch ins schwitzen angenommen man ist jetzt gerade short hier kommt lollipop dann kann man nur sehen dass man das weite sucht und hier oben beispielsweise im hoch auch ein lollipop im tief auch ein lollipop hier ein kleines fehlsignal auch das passiert dazu gibt es im lochstreifen noch andere hinweise dazu später mal irgendwann mehr aber hier unten auch wieder ein lollipop und jetzt haben wir oben eingesehen und ich sag mal dummerweise auch noch gerade ausgerechnet dass der looping mit ansprang so mehr soll man jetzt aus diesem bild jetzt gar nicht unbedingt erstmal ableiten können ja wir mir einen schönen regenbogen hier oben und over the rainbow up to the moon so ungefähr aber davon sind wir noch ein bisschen entfernt jetzt gucken wir uns das aber mal an und das hatten wir gerade gesagt was machen wir jetzt auf tagesbasis sehen wir dann lollipop gut jetzt habe ich doch die möglichkeit jetzt gehe ich tatsächlich ich lasse mich ja jetzt nicht von diesem system beeinflussen waren die letzten worte eines wafers ich lasse mich jetzt nicht von diesem system beeinflussen ich habe die j wellen theorie gelernt also schaue ich mir den chart mal im stunden oder im sechs stunden bereich an und jetzt stellen wir fest da war es also lollipop hier ist jetzt eine kerze sechs stunden und nicht eine kerze ein tag und jetzt nehmen wir uns die j wellen theorie mal vor und sagen uns aha da haben wir eine 1 gesehen eine 2 hier sehen wir eine schöne 3 die war länger als die 1 ich weiß jetzt wird der eine oder andere wafer sagen aber es kann auch ein c sein deswegen hat der crock ja auch eine b oder lollipop da oben der droht ja jetzt mit einer b einer fertigen b ich kann das gleich noch mal im überbild zeigen was das dann auch heißt für den bitcoin und wir sehen doch jetzt einfach mal ich bin mir nicht sicher aber wenn ich das jetzt so mit meinem entzündeten auge gucke ist die drei glaube ich länger als die 1 habe ich gar nicht gemessen spielt aber auch keine rolle wichtig ist ja das haben wir auch gerade gelernt die vier also der tiefpunkt der vier darf nicht über den hochpunkt der 1 deswegen habe ich hier mal 40 228,13 einfach so mal markiert weil wir jetzt ja wissen die vier darf nicht unter die 1 ansonsten war das da oben wirklich keine drei und dann geht das wieder diese einige stunden schlaf weniger ich glaube so kann man das formulieren so war es zumindest bei mir immer wenn dann irgendeine mob marke gebrochen wird dann weiß ich entweder vorher was es ist oder ich muss mich wirklich ran setzen wenn bei guidance der alarm ausgelöst wird so ok das also zu das ist dass wir welt technisch möglicherweise noch die fünf erwarten warum nicht ist möglich so nicht hopf und meint sind da noch nicht verloren also jetzt wollte ich gerade sagen den livecock den brauchen wir jetzt nicht unbedingt wir schauen uns an wenn das jetzt eine b ist was ist das überhaupt für eine b dann nehmen wir mal den bitcoin und schauen uns mal die winter edition an falls ich den jetzt finde bitcoin normalerweise nicht den will müsste doch dann nehmen ach so das ist ja schon genau ich brauche nur auf winter edition gehen möchte jetzt gar nicht unbedingt alle szenarien hier beschreiben das ist unsere running for wenn ich jetzt wenn ich falls ich das richtig sehe ist das beispielsweise eine vier und von pretender hatte ja gerade geschrieben kann auch sein dass ein dreieckwert dann werden ist das die a die b die c sehen eine d und e ja möglich ist ein sehr gutes argument hier sehen wir den bullischen count ich wollte ja nur mal zeigen was werden kann wenn sie b ist ah ja damals kleinen moment ich weiß nicht warum aber da waren wieder updates und mit jedem update wäre das hier schlechter so wenn wir diese c der b sehen die b haben wir gerade kennengelernt mit lollipop und allem drum und dran und falls die 1 überschritten wert und so weiter hier nochmal 1 2 3 grüne 4 und die 4 darf die 1 nicht überschneiden schneidet die 4 die 1 müsste man noch ergänzend erwähnen schneidet die 4 die 1 bevor die nächste 5 oder das nächste hoch entsteht dann haben wir einen regelbruch angenommen es kommt jetzt wirklich der lollipop hält und die 1 wird gebrochen dann hätte ich im grunde genommen ein short setup ja wenn man mal aus davon ausgeht dass wirklich dass die fertige b oder so angenommen werden sollte macht nicht so viel sinn weil die b in der summe also die pinke c in der summe über die a müsste normalerweise oder war sie da schon habe ich jetzt gar nicht wenn man jetzt so rüberpeilt ist sie sogar noch tiefer ich weiß die b kann auch ein dreieck werden und so weiter möchte ich jetzt auch nicht darauf eingehen aber wir haben doch mal eine wichtige marke wann es kein impuls mehr sein kann wenn die wenn der hochpunkt der 1 gebrochen wird deswegen haben wir ja gerade mal die regeln auch besprochen so und diese b ist eben diese b und dann sehen wir unseren kryptowinter wie viel grad gibt es eigentlich wie viel grad sind eigentlich auf dem mond weil irgendwann ist man beim mond angekommen und ist der meinung man ist immer noch im winter ich weiß gar nicht wie kalt ist es da weiß es jemand so so auf jeden fall diese c birgt dann ja die gefahr da kann man auch retracement noch einsetzen sie be machte häufig 50 oder 61 8 der abwärtsbewegung und wenn es da zur schwäche kommt vielleicht hat der kopf auch ein fehl signal mal wieder ein fehl signal vielleicht hat der kopf auch ein short signal in diesem bereich und minus 273 grad sehr gut vielen dank die frage genau wenn man jetzt nur hordeln möchte was muss man dann berücksichtigen also ja genau es gibt ja die möglichkeit dass man kein also bitcoin nicht traded sondern eben sammelt sehr alles jäger und sammler bei den kryptos und so wie damals im neuen markt ich möchte den bitcoin nicht mit dem neuen markt vergleichen aber die vorgehensweise der markt teilnehmer in den kryptos ist tatsächlich so das sind alles jäger und sammler und trennen sich von nichts so und hordeln was das zeug hält so aber wenn man das jetzt vor hat dann kann man das ja machen dass man sich sagt okay ich bin mit dem drittel investiert ich hoffe ja sowieso dass alle hier gekauft haben unten wo die zweifel am größten waren nachzulesen live in der weekend edition auf dem gottmode trader bitte mal gucken in der historie ich glaube sogar die ja dieses tief sogar und dieses tief noch mal nachzulesen auf dem gottmode trader live im öffentlichen bereich zu dem zeitpunkt da gab es sogar den live freigeschallt auch im guidance bereich muss ich ganz kurz ne kann ich gar nicht reinstellen auf jedenfalls gibt ja einen freien desktop im guidance bereich ganz wichtige situationen wichtige wendepunkte die werden dann ja meistens auch dort kommuniziert dann nicht immer aber aber zur not im nachhinein ich hätte sowieso ein nachrichtensprecher werden sollen weil es viel einfacher ist die vergangenheit als nachricht zu präsentieren als hier die vorrichten erahnen zu wollen aber gut ist egal anderes thema mit der wellentheorie ist es ja hin und wieder mal möglich und wichtig ist immer hatten wir auch zu ach so das wollte ich auch noch zeigen wir sind bei 12 51 ist soweit klar kryptowinter bedeutet dann es geht noch mal abwärts und wer jäger und sammler ist bei den kryptos der hat bewahrt sich einfach zwei drittel noch mal für 17.359 auf und wenn man der meinung ist hier oben ist irgendwas ganz anderes fertig geworden und wir sehen noch mal 2000 dass man dann das dritte drittel investieren kann ich glaube es nicht aber ich es ist ja nichts unmöglich an der börse und gerade ach ja das war ja auch die überschrift irgendwie eine unbeliebte währung ist der bitcoin ja ist ja wirklich nicht so beliebt überall wird hier überall oder an vielen stellen ach ist auch nicht so wichtig je unbeliebter er ist desto höher steigt er bleiben wir mal dabei und muss man auch sagen es gibt natürlich im kryptobereich auch neben dem bitcoin viele kryptowährungen und interessante dinge die außerhalb des kryptos auch oder vielleicht sogar mehr potenzial haben der der bitcoin ist ja auch schon so ein bisschen ich lege mich hier wahrscheinlich mit bitcoin fans an abgedroschen will ich jetzt auch nicht sagen aber er ist ja schon ein schwergewicht es gibt ja auch interessante kryptowährungen die noch geringer sind und vielleicht auch gute aussichts chancen haben da bitte mal an sascha wenden der weiß das da besser oder auch an an den blog einfach mal fragen okay also das zum bitcoin jetzt wollte ich noch was sagen bezüglich unserer einstiegsstrategien genau das ist im grunde genommen gar nicht geplant aber ich hatte ja eben versprochen ich gebe noch mal ein beispiel ich versuche jetzt mal die die hier sind wir beispielsweise eingestiegen das ist eine wir tränen da ja im ewt beispielsweise aktien ist gar nicht thema heute aber ich wollte es nur ganz kurz erklären da nehmen wir eine zweifelhafte zwei tag long und jetzt haben wir das zeug dazu diese tiefs auch tatsächlich abzugreifen aber wir haben genauso gut das zeug dazu die gewinne laufen zu lassen bis sie wieder weg sind also das ist kein problem ist jetzt ein bisschen spaßig gemeint aber das ist doch ein luxusproblem wenn wir exzellente einstiege finden und den stopp das haben wir hier auch gleich gemacht einstieg gefunden zack neues hochstopp auf einstand davon gibt es mehrere aber auch mehrere die nicht funktionieren aber in der mehrzahl funktioniert ist ich kann das gar nicht genau sagen kann man ja hier einfach mal durchgehen das sind auf jeden fall die laufenden basiswerte die wir hier noch haben zuletzt haben wir sogar waren zuletzt gekauft wie so oft findet man nichts ist auch nicht vorbereitet gewesen hier ach so hier genau aber ziel erreicht zweites ziel sogar erreicht und man hat dann immer die möglichkeit dem stopp auf einstand nachzuziehen der jwellen theorie ist also eine unterstützende möglichkeit zum einstieg möglich so zum bitcoin gibt es hoffentlich keine weiteren fragen ansonsten wir wissen es kann auch nach oben ausbrechen in der summer edition und es kann also das wäre jetzt beispielsweise mal so ein hinweis wenn man könnte jetzt sogar antizyklisch die vier traden die wir gerade kennengelernt haben oder auch die die fünf natürlich nicht die vier das ende der vier erwischen und dann die fünf traden und dafür haben wir ja beispielsweise das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu überfordern ja 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 ne bitcook Blockbox, hier haben wir beispielsweise, falsch, wir müssen eure Esther noch besprechen. Da ist der Livecrog. Wir haben eindeutig zu viele Boxen. Also hier haben wir jetzt beispielsweise den Livecrog, der läuft ja auch jeden Tag und versucht uns zu umgehen oder zu täuschen. Nein, Spaß beiseite, da gibt es auch Signale, die man natürlich ein bisschen kennen sollte dann auch. Okay, ich würde jetzt vom Bitcoin tatsächlich zum Euro S-Dollar kommen. Das schaffen wir auch schneller, wir haben jetzt mit den anderen Werten ein bisschen viel Zeit verbracht. Aber Euro S-Dollar steht auf der Agenda und das sollten wir Das sollten wir uns noch antun. Wahrscheinlich hat der eine oder andere das eh schon gesehen, da ist es ja so. Wir warten doch jetzt seit zehn Jahren, seit 2009 in etwa, auf dieses Tief, das wurde ja getroffen, und auf die Möglichkeit einer Zwei. Jetzt rutscht diese Zwei unter das 61,8. Wir haben festgestellt, das wollten wir beim nächsten Mal klären. Die Wahrscheinlichkeit rutscht unter 12 oder 15 Prozent. Wer es weiß, kann es gerne in den Chat schreiben. Auf jeden Fall rutscht die Wahrscheinlichkeit oder sinkt die Wahrscheinlichkeit unter dem 61,8. Was macht man? Jetzt kann man als Held, kann man sich sagen, okay, ich steige einfach ein und antizyklisch in den Retracements. Ich bin da jetzt nicht so der Freund davon, es sei denn alle anderen Umgebungen, es existiert nur ein unwahrscheinliches Alternativ-Szenario, dann kann man sowas machen. Aber wenn man hier jetzt antizyklisch einsteigt, muss man ja sowieso unter dem Tief dann ja irgendwo, das macht ja aus wellentechnischer Sicht Sinn, wenn man da eine Eins erwartet, darf es nicht unter den Ursprung der Eins gehen, man muss also seinen Stopp dort haben. Wenn man nicht mehr als ein Prozent verliert, macht man sowieso grundsätzlich schon mal alles richtig. Die Frage ist, ob man das überhaupt machen sollte. So, und wir haben hier eine 2 erwartet und da wird auch 2033, wird es heißen, wir hätten eine 3 erwartet und die ist bis heute noch nicht da, also zehn Jahre später noch nicht erreicht. Das kann sein. Wir haben jetzt auch die zehnjährige Abwärtsbewegung hier gehabt, über zehn Jahre sogar schon. Und es gibt auch ein Alternativ-Szenario. Deswegen, ich hatte hier jetzt einfach mal einen roten Strich eingemalt als Widerstand, auch extra ein bisschen dicker. Aber wenn man jetzt vom Chance-Risiko-Weltnis ausgehen sollte und die stärkste Welle 3 der 3 kommt hier zur Entfaltung, dann muss man sich mal vorstellen, dann warte ich meinetwegen dieses Hoch ab, also den Ausbruch ab, bin der Zweite, wir haben ja gesagt, der Zweite hat es immer ein bisschen einfacher als der Erste, die Ersten, die Trader, die als erstes da sein wollen, der Kroc versucht das auch immer wieder, aber die wechseln sich öfter mal, weil sie entweder zu wenig Erfolg hatten oder wie auch immer. Aber man muss nicht immer der Erste sein. Man kann auch prozyklisch agieren, wenn die Situation das mal hergibt. Und dann würde man gar nicht ins fallende Messer greifen. Man darf ab und zu mal ins fallende Messer greifen, aber in diesem Fall gibt es ein Alternativ-Szenario. Und das halte ich jetzt auch nicht für völlig unwahrscheinlich, weil dieses Szenario läuft auch schon seit Jahren mit. Es gibt aber trotzdem Wendepunkte unten, das haben wir gerade gesehen am Lollipop oder der Kroc, der kriegt das manchmal auch hin, diese Wendepunkte zu bestimmen. Oder wir zählen einfach so wie hier, wenn man diese C zählt, eine 1, 2, 3, 4, 5, auch den oberen Wendepunkt war jetzt keine großartige Kunst im Archiv nachzulesen, dass man das finden hätte können, diese Aufwärtsbewegung. Die C ist ja immer eine 5, 1, 2. Das sieht man, glaube ich, so auch. 3, 4, 5. Weil vorhin die Frage kam, wo fange ich überhaupt an? Also da sieht man solche Sachen eben. Und dieses Szenario besteht auch. Das liegt ein Ziel irgendwo bei 0,85. Das ist ein klumpfige Teil der Tränen, heißt der Count, genau. Und das sollte man berücksichtigen. Also kann man, wenn man möchte, natürlich die Umkehrsignale oder die internen Strukturen auswerten und auf Bodenbildung achten. Das kann man ja machen. Wenn wir jetzt so ein Signal erleben, ich bin jetzt auch tatsächlich fertig. Ich hatte das mit Reastin, war das, glaube ich, im Index-Trader. Da haben wir abends unsere Webinare und traden ja auch. Und da wechseln wir dann ratzfatz von Long auf Short. Und da wundert man sich manchmal. Dann sieht man Aufwärtspotenzial. Aber auf einmal haben wir eine andere Position eingenommen. Sind Short, dann wünscht man sich wieder das Feld. Ist ja normal. Wenn es regnet, freut man sich, wenn die Sonne wieder scheint. Und andersrum auch. So, in diesem Sinne bin ich jetzt leider schon fertig.